Herzlich willkommen zu einer Einführung in den Index Theologicus, kurz XTO. Der Index Theologicus ist eine stetig wachsende bibliografische Datenbank, die derzeit über 2 Millionen Einträge aus dem Bereich Theologie und Religionswissenschaft umfasst. Darunter befinden sich neben Aufsätzen und Monografien auch andere Datenbanken und Internetlinks. Es gibt vier interessante Möglichkeiten zu entdecken. Als wichtigstes Instrument natürlich die klassische Suche. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, innerhalb eines Themas zu browsen, nach konkreten Bibelstellen zu suchen und griechische oder hebräische Begriffe in eine Suche einzubinden. Wir beginnen mit der klassischen Suche. Auf der Startseite bietet sich die Möglichkeit der Einschlitzsuche, wie Sie sie aus JustFind oder von Google kennen. Hier können Sie einfach die Begriffe, nach denen Sie suchen wollen, eingeben. Ich habe jetzt die Begriffe Frau und Urchristentum eingegeben und erhalte eine Treffermenge von 343. Wenn ich damit jetzt weiterarbeiten wollte, müsste ich Einschränkungen treffen, da das doch eine sehr, sehr hohe Treffermenge ist. Nichtsdestotrotz kann man das als Schnelleinstieg auf diese Art und Weise machen. Darüber hinaus gibt es eine Alternative, die erweiterte Suche. Dort habe ich die Möglichkeit, meine Suchbegriffe in verschiedene Suchfelder einzugeben. Ich könnte jetzt hier oben, also Frau, in dem ersten Suchfeld stehen lassen und kann dann mit einem weiteren Suchfeld Urchristen zum Ergänzen und auch noch ein Suchfeld hinzufügen. Wenn ich einen dritten Begriff habe, ich gebe da jetzt mal Bibel ein und habe dann hier, wie Sie das von den Buhlschen Operatoren können, eine Endverknüpfung. Das nennt sich hier im Index Theologicus mit allen Wörtern. Wenn ich mich jetzt also mit der Thematik Frauen im Urchristenzum beschäftigen möchte, aber vielleicht mit der Stellung der Frau in der Ehe mich nicht auseinandersetzen möchte, kann ich eine weitere Suchgruppe hinzufügen, kann dort den Begriff Ehe eingeben und dann über die Suchbedingung ohne Wörter diesen Suchbegriff ausschließen. Mit diesen vier Suchbegriffen erhalte ich jetzt eine Treffermenge von 207. Das ist immer noch relativ viel. Um damit weiterarbeiten zu können, muss ich es ein bisschen reduzieren. Das kann ich zum Beispiel über eine Einschränkung des Erscheinungsjahres, eine Treffermenge von 42 und vielleicht der Aussage, dass ich nur Aufsätze haben möchte. Dann sind es nur noch 29. Das ist eine Treffermenge, mit der man gut weiterarbeiten kann. Im Index Theologicus sind die Treffer nach Relevanz sortiert. Das kann man machen, weil es einem die aus Sicht derjenigen, die den Index Theologicus betreiben, was alles Theologen sind, die wichtigsten Aufsätze nach oben spült. Da Sie aber die Kriterien dahinter nicht kennen, ist eine weitere gute Möglichkeit zu sagen, zeig mir doch bitte die neuesten Artikel zuerst an. Das wäre dann jetzt in diesem Fall ein Artikel aus dem Jahr 2017. Wenn Sie nun einen Beitrag gefunden haben, der Sie interessiert, können Sie diesen aufrufen und es werden Ihnen weitere Informationen angezeigt. Da es sich um eine bibliografische Datenbank handelt, sind im XTO die Volltexte nicht hinterlegt. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, aus dem XTO heraus an die Volltexte zu kommen. Über Verfügbarkeit prüfen gelange ich in den Katalog der OB Gießen. Sie sehen hier Journals, Online Print und Verfügbarkeit prüfen. Hier wird Ihnen aber schon angezeigt, dass einem Anschein nach in Gießen irgendwas vorhanden ist. Wenn Sie jetzt aber auf Verfügbarkeit prüfen klicken, sehen Sie, dass der Beitrag online nicht verfügbar ist, aber es eine Printverfügbarkeit gibt. Und hier sehen Sie, Standort ist die Zweigbibliothek im Philosophikum 2, der Zeitschriftenraum im Erdgeschoss, und zwar alphabetisch nach Zeitschriftentitel. Das ist sehr praktisch, weil Sie darüber erkennen können, ob der Beitrag eben in Gießen vorhanden ist. Das wird Ihnen hier schon an diesen Icons auch mit der unterschiedlichen Farbgebung angezeigt. Sie sehen, das rote verweist darauf, dass es online nicht vorhanden ist, während das gelbe zeigt, dass es gedruckt vorhanden ist. Auf der rechten Seite sehen Sie ähnliche Einträge. Das ist so ein bisschen so wie bei Amazon. Wer A gekauft hat, hat auch B gekauft. Hier werden Ihnen, das sehen Sie hier oben auch gegen alle Konventionen, die ersten Asketen, werden Ihnen thematisch verwandte Einträge angezeigt. Das ist sicherlich ganz hilfreich und interessant, ersetzt aber natürlich nicht eine eigene Recherche. Sie können, wenn Sie einen Beitrag aufgerufen haben, auch den Datensatz exportieren, um die Daten an ein Literaturverwaltungsprogramm zu senden. Außer ganz konkret zu suchen, kann man auch innerhalb eines Themas browsen. Dazu können Sie hier auf Browsen klicken, Thema Browsen auswählen und ein Thema eingeben. Ich wähle hier Tierethik, gehe auf Suchen und bekomme nun Treffer angezeigt, sogar relativ viele, die meinen Begriff der Tierethik mit Begrifflichkeiten verbinden, die einen Aspekt des Themas darstellen. Also hier habe ich Tierethik im Vergleich zur Agrarproduktion oder Tierethik und der Psalm 36. Tierethik und die evangelische Soziallehre. Sie sehen also, es werden zu der von Ihnen gewählten Thematik verschiedene Aspekte angezeigt. Das kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn man mit einem Thema noch nicht so intensiv vertraut ist und noch dabei ist, einzuordnen, mit welchen einzelnen Aspekten dieser Thematik man sich beschäftigen möchte. Außerdem gibt es eine virtuelle Tastatur, die es Ihnen ermöglicht, nach griechischen oder hebräischen Begriffen zu suchen. Dazu klicken Sie hier auf virtuelle Tastatur, wählen beispielsweise Griechisch aus und können jetzt mit den Buchstaben des griechischen Alphabets einen Begriff eingeben. Ich habe jetzt hier den Begriff Agape gewählt, klicke dann auf Eingabe, auf Suchen und erhalte 770 Treffer, was jetzt bei einem sehr allgemeinen Begriff wie Agape keine Überraschung ist. Sie sehen aber, dass Ihnen eben diese Datenbank eine Begrifflichkeitssuche anbietet, die eben griechisch und auch hebräisch abbildet. Die hebräische Tastatur ist ein bisschen unkomfortabler, funktioniert aber auch ganz wunderbar. Zu guter Letzt zeige ich Ihnen noch die Bibelstellensuche. Indem Sie hier in dem Dropdown-Menü Bibelstellen auswählen und dann im Suchschlitz eine Bibelstelle eingeben, können Sie konkret nach einzelnen Bibelstellen suchen. Ich habe hier jetzt Galater 3, 28 bis 29 eingegeben, eine sehr prominente Bibelstelle, weshalb wir auch eine Treffermenge von 1346 erhalten. Das Interessante an dieser Bibelstellensuche ist, dass anders als wenn Sie das in eine andere Datenbank eingeben würden, nicht nur geschaut wird, ob das irgendwie im Titel enthalten ist, diese Bibelstelle, sondern der Index Theologicus über eine Schlagwortvergabe für Bibelstellen verfügt. Für die Bibelstellensuche gibt es auf der Startseite eine Erläuterung, eine Erklärung, worauf man gesondert achten sollte. Es gibt auch eine Liste der gültigen Abkürzungen, wobei, wenn Sie sich da an die Locuma-Richtlinien halten, Sie alle Varianten eingeben können, die Sie daher kennen. Ansonsten gibt es hier, wie gesagt, noch weitere Erklärungen dazu, wie man die Bibelstellensuche verfeinern kann. Wie Sie gesehen haben, handeln Sie sich beim Index Theologicus um eine für das Theologiestudium sehr nützliche Datenbank, da Sie hier ganz fachspezifisch Literatur suchen und vor allem finden können.